Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Realim Royale Beta, hier auf meinem Kanal OPGluck oder Können, wenn du's willst. Und wir haben einen neuen Skin für unsere Jägerin, für unsere Jägerin haben wir einen neuen Skin, verdammt nochmal, so rum, ja. Und gleich geht's los, wo gehen wir runter, ich weiß es nicht, wir sehen's gleich. Wenn's geht, Jaguar klauen, ja, nur wenn's geht. Den Skin find ich auch sehr toll, es gibt noch einen Skin, der mir auch noch richtig gut gefällt, aber der war grad nicht da. Das waren eigentlich die Skins, die man so im Laden kaufen kann, die als wiederkommen, die mir eigentlich gefallen haben. Ja, das ist hier, ähm, da gibt's ja den grünen mit der pinken Haut, der aussieht wie ein Troll. Und den gibt's nochmal, glaub ich, in schwarz-rot oder so, irgendwie so nochmal in anderen Farben. Ich sollte mal gucken, wo ich runter muss, ne, ja. Jaguar klauen, bin ich dran vorbeigeflogen, scheiße, ist so viel gelabert. Egal, wir gehen irgendwo runter, gucken, dass wir lang genug überleben. Ein, zwei Kills machen und Feierabend. Kriegen wir das hin? Ja, wir haben einen neuen Skin, natürlich kriegen wir das hin. Was ist jetzt? Künstliche Beine? Nee, sind nur Schienen, okay. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Schnell looten, erste Kiste. Gar nicht mal so schlecht. Äh, ich mein, andersrum gar nicht mal so scheiße. Okay, nehme ich mit, ich bin Jägerin, aber ich kann damit nicht, äh, damit nicht umgehen. Hier in der Nähe ist jemand gelandet, sehr schön. Oh. Oh. Minimales Lecken, aber nur Minimales. Aber, wie gesagt, wenn es leckt, ist es meistens für mich ein sehr guter Start. Alles gleich ver- Silbern hier. Oh, es hätte ich braun können, scheiße. Okay. Wir haben einen Trank und einen Schild-Trank. Also noch einen Heal-Trank und einen Schild-Trank. Ah, wir haben zwei, ja, sehr schön. Egal, komm, volle Power. Hier war noch was zum Looten. Yes. Leckt noch ein bisschen beim Lenken, ne? Aber dann läuft es ja eigentlich gut, ne? Was ist das eigentlich? Keine Ahnung. Ich weiß es immer noch nicht. Manches benutze ich einfach nicht, weil ich es blöd finde. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, genau. In dem Bereich bleibe ich unsichtbar. Fällt doch gar nicht auf vor dem Feind. Kein Problem. War jetzt auch nicht sehr besser. Scheiße. Ach man, ey. Ich kann mir das doch nicht merken. So, hier war ich. Da war ich auch, ne? Ja, nicht darüber, glaube ich. Okay. Dann, wo ist der Kreis? Immer noch da. Dann gehen wir mal in die Richtung. Holen unser Reitier. Kill Nummer 1 ist da. Ich baue noch einen Kill, dann können wir sterben. So ungefähr. Okay. Vielleicht tue ich das das gereite rausschneiden, wenn wir jetzt hier auf dem Pferd unterwegs sind. Vielleicht aber auch nicht. Das kommt noch an, wie lange das Video wird. Wie oft ich auf die Schnauze kriege. Kiste. Nö, habe ich schon. Yes. Sehr schön. Ich höre Wölfe. Nein. Boah, sind das viele Kisten. Äh, ja, das nehmen wir mit. Das nicht. Sehr viele Kisten. Hier kann man gut looten. Ja, es ist vorher eher das als das. Leider. Also irgendwas, was mich healt, ist natürlich besser als was mich unsichtbar macht. Damit kann ich gar nichts anfangen. Geht's hier rein? Ja, hier geht's auch rein. Ja, hier geht's auch rein. Ja, Kiste. Hm, der ist natürlich besser. Ja, warum hier ist grün? Okay. Ja, was soll ich sagen? Hier ist ne Schmiede. Bin ich blöd? Ja klar, also immer Heil- und Rüstungstränke. Jetzt geht noch ne Rune. Sehr schön. Jetzt ein bisschen campen. Hier ist ne Kiste. Ja, der Nebel kommt. Sehr schön. Ich bin in Sicherheit. Auf jeden Fall. Würde ich sagen. Aber der Nebel kann kommen, ne? Ich hab keine Angst davor. Nein? Gar keine. Mein Gott. Ich, äh, hasse nicht, wenn ich alles cutten werde. Ich gehöre doch gar nicht jetzt ins Video, aber egal. Ich hab schon ne Rune, ne Rune, Rune. Eine Gesundheitsrune. Sehr schön. Boah, noch mehr Dränke. Ist das geil. Wo war ich jetzt? Äh, äh, ja. Ich glaube, ich kam von da, ne? Ne, gar nicht. Wo kam ich denn her? Doch, von da kam ich. Achso. Da oben war ich auch noch nicht. Okay, dann gehen wir erstmal nach da oben. Ja, wir grasen jetzt alles sehr safe ab. Ich mein, sehr sicher, ne? Sorry. Ist sehr langweilig. Kein Gegner. Hm. Oh ja, doch. Einen hatten wir. Oh, yes. Sorry. Jetzt wird er sagen. Bist du blöd? Das war doch lila. Ja, aber ich kann damit sowieso nicht schießen. Okay. Boah, Dränke. Achso. Wieso bin ich voll? Ah, habe ich das, was meine Rüstung auflädt? War das die Rune? Boah, die habe ich aber schon lange nicht mehr gehabt. Also, es gibt ja eine Rune, die lädt dann nach und nach deine Energie auf. Und ich habe das jetzt nicht richtig gelesen oder verstanden. Äh, ich glaube eher verstanden habe ich es nicht. Das ist ja cool. Die hatte ich schon sehr lange nicht mehr. War ich oben? Gegner, 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 Gegner. Mist, ich kann dich durch Torch schieben. Wo bist du? Ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn wirklich nicht. Komm schon. Wieso treffe ich nicht? Den habe ich schon gehört. What the hell? Alter, war der easy. Oh, das ist gut. Was ist der denn da? Okay, so schöne Waffen, wie ich hatte jetzt nicht gehabt. Oh, nice. Was ist das? Langsam, aber ich denke mal, sehr durchragungskräftig. Okay, Runde Nummer 2. Ich meine, äh, Mann, Slava, ich kill Nummer 2. Ja, sehr schön. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Wir müssen erstmal alle, die da sind, in die kleine Zone rein. Und neun weitere Spieler, also acht weitere Spieler. Ich werde doch schon beschossen, oder? Ne, ah, da fighten wir. Oh nö, da hat jemand einen Hammer. Irgendwo fighten hier welche. Ich versuche mal irgendwie außenrum. Ne, komme ich nicht. Schon wieder einer tot. Ganz dumme Idee. Wir sind mehr als noch einer, oder? Ey, Alter, so wenig Schaden. Den müsste jetzt noch einer, ich weiß, auf der anderen Seite. Den holen wir uns noch. Alter, wie langsam ist denn die Pistol, Alter? Die sieht affengeil aus und soll irgendwie Eis verschießen, aber saulangsam. Ah, ist voll. Jo, nehmen wir doch. Wow. Nehmen wir noch ein paar Schildränke. Sicherheitshalber, okay. Ich kann doch nicht nur klein machen. Scheiße, okay. Wir haben jetzt Kill Nummer 3. Da hinten wird schon wieder gefeitet. Ah, hier ist jemand. Ich bleib dabei. Danke. Easy Kill. Sehr schön. Nettes Loot. Ich denke mal, wir nehmen noch mal einen. Ja. Und das alles mit einem grauen, ähm, grauen Sturmgewehr, ne? Okay, wie viel ist noch da? Noch zwei Gegner sind noch da. Ah, mal gutes Ende, oder? Wir kamen wieder bis fast ins Finale. Hat er uns gesehen? Ey, ich schwöre, ich sehe den nicht. Ähm, ja. Super Waffe, die du hast. Ehrlich. Ich sehe ihn nicht. Ah, ist das diese Kugelverschießding? Ja. Yoho. Okay, wir sterben, wir sterben, wir sterben. Lass dich doch mal in Ruhe. Nein, lass dich doch mal. Oh, Junge, du hast doch noch jemand gefeitet, oder? Nein, wir sind nur noch frei. Okay. Das war's. Ah, so kurz vor dem Finale. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Einen guten Morgen und einen noch besseren Abend. Ich bin hier mit raus. Peace. Ich bin hier mit raus.